Ah, der Blühbaum ist MSB2. Na gut, Blühbaum ist natürlich kein sehr starker Spieler, aber er spielt ein bisschen. Also Blühbaum ist mit seiner Elo-Zahl, also ist viel zu hoch für ihn. Aber er kennt sich gut aus in der Theorie. Das ist der Vorteil von Blühbaum. Er kennt sich sehr, sehr gut aus in der Theorie. Schachverständnis bei Blühbaum ist eine Katastrophe. Aber er kennt sich sehr, sehr gut aus in der Theorie.